Eine Frage, die sich jede Frau immer stellt und die jede Frau interessiert ist, habt ihr bei der Geburt unten hingeschaut? Also ich habe schon krass aufgepasst, nicht hinzuschauen. Ich meine, das ist klar, da ist Blut, da stellt man sich splattermäßig alles Mögliche vor. Und ich meine, worauf ihr anspielt, ist ja, dass es irgendwie Bilder verursacht, die man nicht mehr loswerden will. Und deswegen habe ich schon immer geschaut, dass ich dann einfach den Blick zu meiner Frau hinrichte. Deswegen habe ich da wie so unsichtbare Scheuklappen mir angelegt.